Da sind jetzt aber mindestens zwei mal draufgegangen. Hallo und herzlich willkommen zu 252. Folge Minecraft Vize-Biest hier auf dem Multiplayer-Server. Klebrige Kolben? Kriege ich Aluminiumbären für? Also die Busch. Ich habe keine klebrigen Kolben, sorry. Hier irgendwas Interessantes? Nein, auch nicht. Das ist der, wo wir schon waren, ne? Ja. Knochenwerkzeugbindung. Kupfer, Holz, Feuerstein, Feuerstein, Kaktus, Obsidian, Schleim. Nichts, was wir jetzt dringend brauchen würden. Bronze. Eberischen Holz. Nein. Jetzt ist keine Tür drin. Da sind Beete. Na. 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 oh up Okay. Okay. Ja, hier ist nichts weiter. Jedenfalls habe ich jetzt hier nichts weiter gesehen. Das ist wieder das am Anfang. Okay, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt zurück oder gehen wir jetzt hier einmal rum bis hier unter die Insel und gehen dann hier lang zurück oder gehen wir hier rüber und gehen hier lang zurück. Da wir haben überlegen, war ein paar hier lang bauen oder hier lang bauen, würde ich sagen, wir gehen hier zurück, um zu sehen, ob hier vielleicht noch irgendwas Interessantes ist. Denn das ist auf jeden Fall interessant. Also das würde sich dann schon diesen Weg hier durchzubauen. Ist ein Riesenaufwand, aber diesen Riesenaufwand würde ich gerne in Kauf nehmen. Ja, da. Also erstmal Richtung Norden. Einmal da rüber schwimmen. Und dann mal gucken, was da so los ist. Wer ist das? Hm. Keine Ahnung. Ja, wir müssen noch ein ganzes Stück Richtung Norden. Was ist das? Ja, das ist ein Kn divid bedeutet. Ja. So. Ja, das ist gesagt, dass ich dasst. Was hat Grüße für vor einem知道? Ja, das ist klügelt. Anoraahinein. Ja. Da gehen wir mal außen rum, ich will jetzt hier nirgends reingespült werden. Ja, ich denke mal jetzt können wir abbiegen hier. Das ist wieder so ein kleiner Kobold. Hier ist wieder so ein Turnierplatz, nenne ich das ganze mal. Ich weiß nicht, ob ich das damit richtig beschreibe, aber was ich so mitgekriegt habe. Ups, hier geht es aber richtig tief runter. Und hier haben wir wieder einen Vulkan. Wo ich denke ich mal auch richtig viel abbauen kann, hier ist auch wieder nur so ein kleines Ding. Wenn ich hier oben einen wegnehme, dann hört der auf zu blubbern. Da ist ein Vulkan, da ist ein Vulkan. Mit den Wegen. Ich denke mittlerweile doch, denn mit diesem hier kommen wir hier zu dicht dran. Wenn ich das mal weiter verfolge, hier die Linie. Doch das würde hier vorbeigehen. Das würde passen und bei dem anderen. Wir haben ja hier diese Gitternetzlinien. Oh, da haben wir noch richtig viel auf dem Wasser lang laufen müssen. Hier drüber gehen, da aufs Festland und müssten dann im Grunde hier runter bauen. Aha, da ist doch die untere von hier aus gesehen jetzt. Ist denke ich mal sinnvoller. Vielleicht kann man ja hier noch ein bisschen weiter bauen und dann darüber oder irgendwie was. Weiß ich nicht. Oder man verbindet dann hier hinten, baut sie beide erstmal weiter und verbindet die dann irgendwo nochmal. Und dass man mit diesem hier lang geht und mit dem baut man dann da hoch und baut hier zwischen nochmal irgendwo eine Verbindung. Weiß ich nicht, was da wirklich am sinnvollsten ist. Auf jeden Fall wäre jetzt erstmal sinnvoll, im Bett hinzustellen und zu schlafen. Auf jeden Fall. 겠行. Vielen Dank. Ah, da ist unheimlich viel Wüsten dazwischen. Außer dem Vulkan ist hier aber auch nichts Interessantes irgendwie. Ah, hier ist wieder so ein Portal-Durchgang. Aber wie man die nutzen kann, habe ich bisher noch nicht rausgekriegt. Habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht großartig drum bemüht, das rauszukriegen. Da oben ist wieder so ein klarer Kobold. Okay. 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 Hä? Echt? Da war doch gar nichts. Hm, komisch. Mal in der Zwischenzeit mal wieder gucken. Da ist aber was. Das habe ich eben nicht gesehen. Kann ich auch nicht, da ist ein Berg im Weg. Guck mal ein an. Da ist ein Dorf. Ich sehe hier nicht einen. Bewohner. Oh. 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 Auch nichts weiter. Oh. 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 When we.. Oh. nichts da habe ich jetzt so eingehört ja alles klar die versacken hier im treib sand die mal befreien book of the biomes witchcraft zauber witchcraft ja keine ahnung mechanische kompa blei bauplan blei keine ahnung boah das schweinefleisch von dem kann ich brot haben das brauche ich aber nicht was will er er will brot haben feuerstein er will auch brot gibt auch brot her kupfer kupfer behandelt stöcke da ist ein eisengolem diamant spitzhacke und ein smaragd für eine verbesserter schweinefleisch so schweinefleisch und schweinefleisch schweinefleisch Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da sind jetzt aber mindestens zwei bei draufgegangen. Oh, oh. 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 Diesmal sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.